ja hallo zu einer weiteren folge unter kleinen video führung durchs land der tiere wir sind tanja nika jürgen und muli und heute geht es um die hunde und katzen im land der tiere tanja die hunde wie sind die denn eigentlich hier ins land der tiere gekommen die hunde kommen aus einem städtischen spanischen tierheim waren halt einfach nur zwei welpen von ganz ganz vielen überflüssigen hunden die niemand brauchen konnte die wurden als babys gefunden also unmittelbar nach der geburt ausgesetzt ohne mutter und sind dann ins tierheim gekommen und haben halt da wirklich nur ein zwinger von innen kennengelernt die beiden sind ja herden schutzhund mischlinge und die haben es ja ziemlich schwer neues zuhause zu finden und das war ja wohl auch ein grund dass sie überhaupt tun zu kommen sind genau die herden schutzhunde sind in spanien relativ häufig anzutreffen sind sehr schwierige hunde die einfach raum brauchen zum leben die sehr groß sind wie man sieht die ihren eigenen kopf haben und einfach keine hunde für die stadt sind wie ist das denn eigentlich so mit hunden die alleine leben oder tagsüber alleine gelassen werden wenn die hunde den ganzen tag bei ihren menschen sind mag das mit manchen hunden funktionieren aber so hunde spielen hat auch gerne mal und haben schon so ihre eigene welt und alleine und hier die beiden die kleben wirklich arg aneinander ja ja man merkt sehr deutlich dass sie sich viel geben es gibt ja auch berufstätige menschen die hat gerne ein tier hätten und so aber das ist oft schwierig weil dann ist das hier den ganzen tag alleine und ein hund ist ja ein rudeltier und es ist ganz schlimm für den hund halt alleine gelassen zu werden und da geht sich ja mal ein zwei stunden aber den ganzen tag das ist eigentlich nicht möglich wer platz hat und zeit und wirklich die nerven mit einem hund zusammenzuleben der findet auf jeden fall den passenden hund irgendwo in irgendeinem tierheim bei irgendeinem tierschutzverein und halt ganz egal ob in deutschland oder im benachbarten ausland oder wo auch immer muli und nika die beiden sind ja eigentlich sehr unterschiedlich obwohl es geschwister sind ja das sind tatsächlich schwestern und die nika die nika ist so die die sanfte vorsichtige ängstliche und fremde menschen sind auch nicht so ihr ding und muli ist so ja die wächterin die aufmerksame die krawalltante die hyperaktive die auch 20 kilometer am stück rennt wenn sie irgendwo ein feind entdeckt hat ja ja sie passen ja hier auf sie machen ja ihren job hier als herden schutzhund genau sie machen zeit weil sie einfach so sind weil sie lust drauf haben und eigentlich kennen sie hier alle tiere die leben ja sie kennen alle manche können sie gut leiden manche können sie nicht leiden die sie nicht leiden können ist die kugelkatze und wenn sie lieben das ist klaus genau also sie unterscheiden schon zwischen katze und katze ja auf jeden fall also ich glaube besonders nika liebt klaus ab göttisch und die kugelkatze die ist hier irgendwie noch nicht so lange da wie klaus erst drei jahre oder so und da ist noch nicht so die harmonie eingekehrt zwischen den hunden und der kugelkatze das wird wohl auch nichts werden ja die katzen die leben ja hier auch bei uns in den wohnungen halt und halt draußen wie sie wollen sie beide können sich aber auch nicht leiden die sind halt beide relativ speziell und die kugel ist ganz speziell und die haben also wirklich so ihr territorium und das wird auch verteidigt genau und die kugelkatze kam wie ins land der tiere na die kugelkatze habe ich unten einer bundesstraße ziemlich oft gesehen ich habe gedacht ist eine wilde katze und oder sie ist ausgesetzt worden wie auch immer und irgendwann kam ich halt vorbei und sie stand da und war am würgen und am kotzen und am taumeln und sie ist dann halt sofort zu mir ins auto eingestiegen und ja seitdem ist sie hier und klaus war eines tages plötzlich hier genau klaus war plötzlich hier also wahrscheinlich ausgesetzt vor der tür genau da war halt nachts zufällig ein auto vor der tür und zufällig hörte man eine autotür und ganz zufällig war eine stunde später ein kleiner verwirrter klaus hier vorne vorm haus klaus hat sich ja auch mit allen tieren hier angefreundet das ist eher so der typ der typ der so ein bisschen harmoniebedürftig ist also klaus versucht schon hier mit allen tieren anzubundeln wer es ermöglichen kann einer katze ein zu hause zu geben soll das tun dann natürlich aus dem tierheim aus dem tierschutz und auf gar keinen fall von einem züchter weil katzen gibt es jede menge und zur haltung klar eine katze geht natürlich gerne raus und hat drinnen gerne kuschelig und bei den hunden es gibt menschen die halten hunde in zwinger oder sowas geht gar nicht geht gar nicht geht nicht weil der hund ist ein rudeltier und will natürlich bei seinem rudel wohnen und das ist nun mal die menschenfamilie wir haben natürlich eine begrenzte aufnahmeplätze für alle tiere aber speziell auch für hunde und katzen weil die katzen haben halt ja jede für sich eine wohnung und wir haben nur eine begrenzte anzahl von wohnungen und bei den hunden wir haben keine zwinger anlagen oder sowas die leben ja auch bei uns in der wohnung und deshalb ist die aufnahme kapazität bei hunden katzen natürlich sehr begrenzt bei uns genau ja dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und wie gesagt daran denken hunde und katzen nur aus dem tierheim immer genau und danke für diejenigen die die hunde und katzen hier im land der tiere durch eine patenschaft unterstützen dadurch ist gesichert dass wir weitere tiere hier aufnehmen können und die unterhalt für diese tiere leisten können ja und ich würde sagen bis zur nächsten folge und auf bald bis bald tschüss